Eine Harnleiterschiene ist ein kleiner dünner Plastikschlauch, der als Bypass fungiert, nämlich eine Verbindung zwischen der Niere und der Harnblase schafft. Die wird über ein kleines dünnes Endoskop über die Harnröhre eingelegt und dient dafür, dass der Urinfluss wieder in Gang gebracht wird. Entweder in einer akuten Harnleiterkolik, wenn ein Nierenstein in den Harnleiter runterrutscht und der Urinfluss behindert wird oder aber aufgrund anderer Ursachen, um den Urinstau zu vermeiden und dadurch dann auch einer Infektion entgegenzuwirken.